Ahoi Leute und willkommen zum nächsten Part vom MMProjekt Dr. Freddy Ja, ich hab grad... ...gemacht, Moment Kirschi Kirschi ist wieder raus Tschüss Nein, Spaß Ja hallo, Iron Man, Spiel lag jetzt noch viel mehr als vorher Was zum... Mein Streps ist verbuggt Dann so Jetzt geht's wieder Ich hab ja im letzten Part Kartoffeln im Wald gefunden Und hab die jetzt hier eingepflanzt Das hab ich gemacht, wie die Kirschi aufgenommen hat Und da hatte ich keine Lust, sich selber nochmal aufzunehmen Ich rede gerade Kirschi Ja, ist mir egal Man hält die Schnauze Kirschi Nicht, wenn bei mir alles wacht Die gesamte Umgebung fängt an zu blitzen und zu zucken Hast du ein Shader drin oder ein Grafikpack oder irgendwas? Ich hab weder ein Grafikding noch Shader drin Optifine macht's ja eigentlich besser Ich hab 15 FPS Ne, was geraucht hab ich auch nicht momentan Du musst einmal den, ähm, Dings ausmachen Den, ähm, Multi-Core-Render-Round Dann musst du's wieder anmachen Dann hatte ich auch das Problem Ja Dass dann so mal die Chunks so aufgeblitzt sind Genau Wieso haben wir eine Dreckkiste und eine Dreck-Zweikiste? Das ist dumm Vor allem, weil die an komplett unterschiedlichen... Aber die sind an komplett unterschiedlichen Orten Ja Dann mach den Stein daraus So, jetzt wieder auf Video-Settings Hatten wir nicht todesviel Sand? Nein, Sand hatten wir gar nicht so viel Jörg hat doch todesviel mitgebracht Geht voll So Jörg, hast du noch Sand? Ja, es ist weg Sehr viel Danke Sehr viel Danke Mhm Ähm Jörg, hast du noch Sand? Das ist mit der... Mit den Kakteenien Die will ich ja eigentlich in der Stadt stehen haben Ich will irgendwie so einen Kakteen-Farm oder so machen Ein Stack bei mir Brauchst du den? Äh, Dr. Fish guck dir bitte erstmal den Stecker Und sagen ob der so gut aus Hab ich mir schon, ja, sieht gut aus Nur dass er viel zu tief ist Nein Okay, dann hol ich den mal ab, ne? Ich brauch nämlich... Glas Ja, dann mach ihn... Mach du den Steck fester Dafür müssen wir den Seetiefer legen Anstatt den... Anstatt den Steck höher zu legen Nee, wir müssen den Seetiefer legen Den Steck höher legen Ah, danke Du hast die gerade bei mir ins Nichts geworfen Weil mein... PC nicht so schnell hinterher rendert Ja Das ist ein bisschen scheiße Dann würde ich sagen, dann filmen wir hier schon mal Äh, falls Jennifer auch irgendwann nochmal wieder spielt Äh, wieder kommt und mitspielt Was die heute eigentlich machen wollte Hast du dir aber Bescheid gesagt? Achso Ja Ich hab keinen Ofen im Haus, ich bin so doof Ich auch nicht Dann gehst du in die Mini, ja genau Zurück in die Säureminen Das versteht glaub ich niemand Der hier gerade ist Naja, Jörg vielleicht Ich weiß nicht, was er da guckt Naja, Kishi, Kishi könnte es auch kennen Was? Ist das von Gronkh? Zurück in die Säureminen Nein, das ist nicht von Gronkh Das ist von den... Das ist von den Space Frogs Oh God Was sind das? Todeslustige YouTuber Nie gehört Wenn es die sind, für die ich sie halte Also wenn ich hier... Ich feier die über alles Die machen so gut... Wenn das die sind, von denen ich glaube, dass sie sind Dann hasse ich die Wie kann man die hassen? Die sind so geil Kishi hasst die Wir beide haben davor nie was gehört Gute Voraussetzungen für eine Konversation über die Space Frogs Ja, sehe ich auch so Die sind richtig, richtig gut Fast so gut wie wir? Äh, nicht anwaltweise, aber das ist auch schon echt schwer so gut zu sein wie wir Ich mein, Gorn Ich hab heute sogar zwei Parts Star Wars mal aufgenommen Und sogar im Voraus Nicht, dass die einen Tag vorher aufnehmen muss Gut gemacht Ich, äh... Hab übrigens keine Ahnung, was ich Heute den ganzen Tag noch mache Oh, ich brauch todesviel Glas und... Und jetzt hab ich... Ich hab heute mit meinem Ich hab heute mit meinem Gäste, ich hab die Vielen Dank. Herzlich Willkommen zurück. Ich kann jetzt gerade weiter aufnehmen. Dank Speed, Kokain, Nutten, Crack und Blackjack. Ja, Kischi, wo ist meine Arzt? Ja, wo bist du denn? In seinem Haus wahrscheinlich. Ich bin im Lagerbaude. Ja, Kischi, dann kommt doch ruhig her. Ach ja, scheiß ich bin ja... Ich würde mal sagen, Farmen machen wir beim Quick, ne? Also ich mache auf jeden Fall Farmen, Quick. Gönn dir. So Holzfarmen und so. Weil ich brauche extrem viel Holz. Du hast noch einen Wald abgeholzt, ne? Ja, also ein kleines Stück nur. Kischi, ich wollte eine neue und keine benutzte. Ich gebe dir auch immer nur meine benutzten Werkzeuge. Ich habe keine neue. Wir haben kein Eisen mehr. Wir haben noch 28 Eisenblöcke oder so. Also kann man die Eisenblöcke wieder auseinandernehmen? Ja. Ja, Kischi, warum sollten wir das denn so... Denkst du, wir verschwenden einfach so viel Eisen? Ja. Macht Spaß. Ach so, ja. Kischi denkt das wirklich. Ja. Warum auch nicht? Weil wir nicht du sind. Okay, wir müssen uns alle schlafen gehen. Ich bin schon in meinem Haus. Bin glücklich. Ich will mich auch gleich hin. Ja. Jörg, bist du schon damit liegen? Ja, das reden. Das reden fällt mir wieder schwer. Oh, ich habe eine Nacht gek... Gekommen, gekommen. Ich habe eine Nacht gekommen. Oh, jo, geil. Oh, jo, geil. Oh, jo, geil. Oh, jo, geil. Oh, schlägt, oh, schlägt, major. Oh, so ist so. Spritz, so ist fein. Das ist das Einzige, was du daran besser kannst. Spritz, so muss ich. Weil das kriegt, das kriegt, das kriegt, das kriegt. Das kriegt, das kriegt, das kriegt. Kichy, kannst du es bitte mal ins Bett legen? Ja, 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 sorry, ich vergas. Kichy, ich fick dich gleich. Ich greife mit meiner Hand durch das Glory Hole und reiß dir den Arsch auf. Ich meine, selbst Jörg, der Tief in der Mine ist, liegt schon im Bett. Ja, weil er unten eine Mine, äh, unten ein Ding gesagt hat. Ja, aber trotzdem. Einfach aus Prinzip. Einfach, weil es Kichy ist. Ich fick mein Prinzip. Sag mir dann, ob es gut im Bett ist. Deins bestimmt nicht. Sag ich dir nicht. Sorry. Okay, dann nicht. Allein tun, weil es dein Prinzip ist. Okay, dann halt nicht. Ist halt nicht gut im Bett. Gut, dass du es erkannt hast. Ja, ich seh sowas ein. Pisse. Es ist steril und ich mag den Geschmack. Ja. Du magst den Geschmack auch. Wer mag den Geschmack nicht? Sorry. Kichy. Moment, weil ich glaube, ich brauche hier wieder so gleich Bit�, weil ich wieder so einen richtigen Werker bauen muss. Also ich würde da sagen, bis gleich Leute, wir sehen es ja wieder, wenn ich das fertig habe. Dann ist hier aus dem Partner bis Herrn Speedpart gemacht. Aus der Kirche und der nimmt mich auf, oder? Nimmst du auf? True, ich nehme mich auf. Ja, natürlich nehme mich auf. Ich habe zwar keine FPS und nicht, aber ich nehme auf. Ich habe 30 FPS, jetzt habe ich gerade sogar so kurz 60. Wieso? Ich habe weniger. Mein PC ist theoretisch besser als deiner. Ja, meiner hängt auf 30. Ich habe meinen PC neu aufgesetzt. Ach ja, scheiße, sollte ich auch mal. Ja. Das wird bei dir, glaube ich, nichts mehr bringen. Naja, da ich eine Windows-CD habe, könnte ich es zwar machen, aber nein. Nein. Ich habe einfach keine Lust dazu. Manche Menschen haben aber keine Lust dazu. Also, ich glaube, ich habe das halt angesetzt. Naja, es würde wahrscheinlich wirklich helfen, da mein Computer, mein komplettes Programm einfach nur noch aus Viren besteht. Also, mein kompletter Computer. Ja, das könnte dann tatsächlich vielleicht eventuell sogar helfen. Eventuell, wenn ich die komplette Festplatte mache. Oder alle. Aber ich sage immer noch zwei Monate und dann ist das alles schon wieder gut. Und dann hast du einen neuen PC und dann ist es nochmal zwei Monate und dann ist es nochmal zwei Monate. Und dann nochmal zwei Monate. Naja, es sind dir jetzt nur nochmal mehr geworden, weil ich mir jetzt den teuren PC kaufe und nicht den günstigen. Den könnte ich mir schon leisten. Weil ich habe ja Geld, nicht so wie Kirschi. Kirschi, sobald ich meinen Führerschein habe, habe ich den PC. Und das ist nochmal Monat. Was bitte nochmal, Freddysch? Ja, das ist in etwa Monat, der Führerschein. Ja, genau. Also, denke ich mal Pflichtstunden. Und dann hole ich mir direkt noch ein gutes Mikro. Also, auch. Und eine Gaming-Maus und eine Gaming-Tastatur und ein Gaming-Bildschirm. Ne, Entschuldigung, ich bin nicht Kirschi. Aber ich wollte eine Gaming-Maus vielleicht auch noch dazu packen. Ja, werde ich. Ja, das... Wahrscheinlich deine. Aber die Tastatur ist geil. Ja. Ich finde meine Tastatur war geiler. Ich würde vielleicht auch noch ein Mauspad dazu packen. Ja, ich meine Kosten nur für Euro. Eben. Also, ich habe dir jetzt Ressourcen gegeben und du hast die Ressourcen... Genommen und dir nichts gemacht, ja. Ich mache dir im nächsten Part ein Dach. Eins aus Steinziegeln. Wie groß soll der Marktplatz eigentlich werden? Riesig. Riesig. Kann mal einer von euch beiden gucken, wie groß ich den noch machen soll? Machst du gerade einen Speedpart? Nein, nein, Kirschi. Du nicht. Es geht so um Jörg oder Fischi. Weil die Watschi-Gasse hat in der Stadtplanung dabei. Du bist... Ja, Kirschi, du machst die ganze Zeit... Lass mich doch einfach nur zu. Lass mich doch wenigstens zugucken. Nein, das hast du nicht verdient. Ich nehme ein Schwert. Nee, Kirschi. Kirschi. Gehst du? Möchtest du dich duellieren? Nee, nicht mehr so wie ein Mann-Schwert-Typen. Geh. Wo ist du ein Fischi? Wie groß noch? F. Ähm... Ja, so reicht. Was? Nee, reicht nicht. Warte mal. Machst du noch mal doppelt so groß. Aber in jede Richtung. In jede Richtung ungefähr doppelt so groß. Also nicht in jede Richtung, aber... Insgesamt doppelt so groß und in jede Richtung gleich viel. Verstehst du? Die Fläche soll sich verdoppeln, aber in jede Richtung soll gleich viel abgebaut werden. Aber das passt nicht wirklich. Das war auch einfach. Weil dahinten ist schon Kirschis Haus. Ja, eben. Das machen wir platt. Ich hole mal kurz ein Abrissunternehmen. Warte, ich bin das Abrissunternehmen. Moment. Ähm... Diamant-Achse zücken. Hast du etwa auch Demolition Simulator 2013? Bestimmt. Freddy, hab ich das? Nee. Hab ich's morgen? Wenn du willst. Ich hab's auch auf dem Rechner. Ge-crackt, Kirschi? Ge-crackt? Hast du ge-crackt? Kirschi crackt alles. Der ist der Crackster. Ich glaube, ich mach diesen Part hier auch wieder so in so Speed so 2000 oder so. Also einfach so langweilig, wie ich hier Dreck abbaue. Hast du den letzten Mal auch 2000 gemacht? Nee, den hab ich nicht gerendert. Aber ich glaub, den wär ich so mindestens so 700 machen oder so. Ich mach meine Parts immer 500, weil das einfach chillig ist und es dann noch nicht so laggt. Ja, ich mein, so beim Hin- und Herlauf kann man ja wenigstens ein bisschen die Maps so sehen, aber hier ist einfach so nichts. Ja, ich bin wenigstens spaßig hin- und hergerannt. Ich baue die ganze Dreck ab. Ich bin ja eben noch spaßig hin- und hergerannt. Legt halt noch Musik drunter, das ist lustiger. Benni Hill Musik, so wie ich. Ja, genau das. Darf ich nicht machen. Jörg wurde von einem Creeper. Jörg, was los? Du brauchst einfach mehr Diamanten, damit wir eine Diamantrüstung fehlen haben können. Weil Jörg wird irgendwie momentan am meisten getötet. Am Anfang war es ich und dann ist es Jörg. Ich bin dauernd gestorben wegen irgendwelchen Creepern oder Skeletten. Du bekommst einfach so eine Witch, die mich die ganze Zeit tötet, obwohl ich treffe sie hundertmal und sie kriegt keinen Schaden. Bester Server halt. Wo sind denn Treppen in welcher? Habe ich alle mitgenommen, glaube ich. Kohl's hier gestellten oder Steinzeugs. Habe ich, glaube ich, alles mitgenommen. Kommt doch drauf an, welche Treppen du haben willst. Welche Treppen willst du nicht? Ich will meine Treppen haben, ich will Treppen zurückbringen. Ich habe nämlich selber welche gemacht. Dann bringen sie mir her. Ich habe die Treppen doch schon eingebaut. Ach so, stimmt, du hast die Brauchst ja fürs Dach. Ich vergaß. Ich brauche alles, Kirche wirklich alles. Egal was es ist, bringt es einfach her. Bei mir ist es nie falsch. Der ein Fisch, die kennt die Ordnung hier schon. Erstens kenne ich die Ordnung und zweitens brauche ich alles. Ich brauche wirklich alles. Hier ist es vor meiner Nase zugegangen. Wo bist du? In meinem Haus! Oh. Einmal. Welches ist nochmal dein Haus? Das Riesige mit den verschiedenen Farben, dem vernünftigen Fachwerk und der Veranda. Das, was die Form eines Ls hat. Was noch die Form eines Ls hat. Ist das Birkenholz? Ja. Ich habe mein Haus aus Birkenholz. Freddy wird dich töten. So. Also würde er so oder so machen. Ja, das hast du schon gesehen. Aber. Ja, ich finde es hässlich, stimmt. Es ist auch hässlich. Und ich mag es. Sorry, aber es reicht ja mal fast jetzt. Ich habe dir jetzt vier in jede Richtung größer gemacht. Ich glaube, es soll es reichen. Komm schon. Über großes Tag. Oh, ja, komm. Ich meine, so groß muss jetzt auch nicht sein. Ja, passt. Nach hinten vielleicht noch zwei größer. Ich versuche mir einfach eine runter. Wie viel Leben hast du, oder? Zu wenig. Okay, gut. Miep. Angst. Ich rüchte in meinen Keller. In die dunkle Ecke. Nemo. Äh, soll ich dann die, ähm, die Dreckkisten alle übereinander packen? Wollen wir einfach drei Dreckkisten haben, damit wir noch eine auf Vorrat haben? Also... Dann kommst du mir nicht. Ja, ich weiß, ich merke es ja. Die hört mir nicht zu, oder? Doch. Nein. Dreckkisten, Vorrat. Passt schon. Ah, da. Plötzlich ist er hinter mir. Wir müssen unbedingt auf PvP machen, ey. Ich hätte die Lust drauf. Mit Kirschi oder mit anderen Dörfern? Ey, wieso bin ich jetzt hier oben? Weil ich dich da hochgeschlagen habe. Ich bin für PvP mit anderen Dörfern. Mit jedem. Ich bin für PvP mit Kirschi. Hm? Ich bin für PvP mit Kirschi. Du meinst gegen Kirschi. Jeder gegen mich. Hör auf, mich zu töten. Wann bist du tot? In dreieinhalb Herzen. Sag mal Bescheid, wenn du noch ein halbes Herz hast. Warte, jetzt schalke ich einmal mit dem Diamantschwert rein. Ah, nein. Warte. Wieso gehst du nicht nach oben? Geh nach oben, du Wichser. Ah, Slack, Slack. Vielleicht kann ich mich nicht bewegen. Ich sehe ich durchs Fenster. Ich hab 60 FPS. Wollen wir mal sehen, wie viel FPS du hast, wenn du tot bist. Baust du gerade meine Tür ab? Nein. Das sah mir so aus. Zwei Herzen. Einhalb, äh, eineinhalb. Halbes Herz? Eineinhalb noch. Dann kann ich jetzt mit dem Diamantschwert reinhauen. Nein, nein, nein. Guck mal hinter dich. Nein, ich lasse dich. Sorry, es war gerade nur lustig. Kirschi? Ja? Querbalken baut man nicht aus normalem Holz. I don't querbalken. Alleine dafür sollte ich dich töten. Wie kann man ein Fachwerkhaus so verkacken? Okay, Jörg hat's auch gemacht. Aber ich glaube, bei Jörg ist das Absicht. Ja, bei mir war's eigentlich auch Absicht. War's nicht Kirschi. Allein, weil du Kirschi bist, ist das nicht Absicht. Wenn's dich stört, dass ich dich so mobbe, ähm, dann find ich das gut. Du sollst doch nicht mit dem scheiß Diamantschwert auf mich losgehen. Ich hau, ich hab dich die ganze Zeit nur mit dem Dreckblöck gehauen, okay? Ja, und danach mit dem Diamantschwert. Nein, ich hab dich nicht mit dem Diamantschwert gehauen. Fast. Ich wusste ja, dass du sonst stirbst und das wollte ich nicht eigentlich schon, aber ich hab mir dann so gedacht, ja... Es wird schon wieder Nacht. Ja, ich merk's. Man merk's an dem Texture-Pack sofort, weil's so pink wird. In der Nacht wird das pink. Ja. Nicht blau, pink. Naja, violett. Violett, roh, pink. Äh, äh, okay. Also, ich geh jetzt mal besser in mein Haus. Ich hab nämlich, dadurch, dass ich nur ein Chunk oder zwei Chunks oder so lade, äh, im Wald einen Enderman stehen sehen oder so. Du lädst zwei Chunks? Ja. Ich lade weniger als du. Ich lade weniger als du. Ich lade einen Chunk. Nein, zwei ist maximal. Äh, zwei ist minimal. Eben. Oh, doch, ich glaubst du mir noch nicht. Können wir uns ans Bettchen gehen? Bin in Bett. Ja, ich liege schon. Ich beende auch den Part danach, bei mir. Okay, mach das. Ich nicht, wir haben ja Speedpart gemacht. Ja, ich muss jetzt gleich nochmal den normalen Part starten. Ja, das, ja. Ach so, du bist noch im Speedpart? Okay, ich nicht mehr. Jo. Also, dann bis zum nächsten Part, Leute. Haut rein, Schatz. Tschüss. So, Leute, willkommen zurück. Ähm, wir haben jetzt gerade den ganzen Scheiß gemacht, aufgeräumt auch noch, Kisten gesetzt. Ich weiß nicht, wie schnell ich das mache, auf jeden Fall ziemlich schnell. Ich vergesse mal, dass ich meine, dass ich jetzt Druckplatten von mir erst hier habe. So. Ich hab noch keine von meiner Karten. Ähm, den Marktplatz baut dann einer von euch später. Ja, ich wahrscheinlich. Ich hab noch keine Ahnung, wer das machen will. Von mir aus mach ich das. Oh, ich hab zwei Stacks, da auch gut. Aufnahme läuft wieder. Oh, look, ihr Schießfans, die viel mehr sind als unsere. Was keiner versteht. So. Also, ich mein wirklich niemand. Oh Gott, ich muss kurz AFK gehen. Ciao. Und dann die Aufnahme pausieren. Du musst AFK gehen und dann die Aufnahme pausieren, okay. Nein, äh, ja. Ich muss jetzt gleich nicht. Ciao. Ist das auch bei uns AFK gegangen? Ich glaub schon. Ich muss gleich auch mal meine Aufnahme beenden. Warum? Warum musst du eure Scheißaufnahme beenden? Ich hab doch nicht so lange Speedpart gemacht wie du. Also, ja, ich geh jetzt nochmal kurz in den Navarant. Ich muss mich von Bahnhof abholen, weil sie zu viel, äh, Shopping, äh, gibt, gemacht hat, jetzt, kriegt sie die Scheißtüten nicht vom Bahnhof weg. Ah, ihr habt kein Geld, aber sie können shoppen, okay. Ja. Praxis, nach der Logik, jetzt muss ich sie kurz abholen gehen, wenn man wahrscheinlich so in 20 Minuten wieder zurück oder 30. Okay, du bleibst so lange auf dem Server, da mich nicht töten kann, oder? Ich bleib so lange auf dem Server, aber es wär un... Du, warum hast du ein Kirschi? Oh, scheiße. Ja, dann geh ich kurz das Connect. Dann muss ich ihn nicht mal töten. Mist. Wieso erzählst du ihm das? Hehe, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Später, wenn nach Hause. So, ich werd jetzt auch mal mein Pub pausieren. Freddy nimmt ja weiter auf, das heißt, ich werd auch weiter während der Zeit zocken. Tschüss. Tschüss. Tschüss.